Alter, ich war noch nie in so einer kleinen Zone. Wir gewinnen den Scheiß. Komm hoch, komm hoch. Safety first. Warte hier, ich geb dir noch was. Du hast noch ein bisschen Stein. So, weg. Aber das wär schon miese, wenn er jetzt ein Lagerfeuer oder so hat. Was, der Verreckte auf jeden Fall. Wenn du genug Lagerfeuer hast und Verbände und Medikits. Alter, chill einfach. Die kleinste Zone, mal ganz entspannt. Warte, 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 warte. Sag mal leise. Der, der baut was ab. Egal, lass ihn lass ihn. Mach zu, mach zu. Junge. Der ruf liegt hoher, aber der kann nicht. Mach zu. Der ist sowieso, wie so ein Hund da eingestört worden ist. Okay, chill, jetzt müssen wir wieder aufhören. Wenn du ein bisschen editierst und ein bisschen so anguckst, also antippst, kannst du ja ein bisschen durchgucken. Solange du es halt ja nicht bestätigst, ist ja alles okay. Okay, ich hab keine Materialien mehr. Ja, ich hab noch ein bisschen. Boah, ey, wenn du das kaputt gemacht hast, wird sie tot. Safe sind wir tot. Aber hey, das ist mir egal. So als Abschlussrunde um halb vier morgens kann man sich das ja gerne machen, äh, sich gerne gönnen. Medikits, äh, Verbände ready, ne? Weil es werden 10er-Ticks sein. Angelo, mach deine Verbände lieber ready. Ich hoffe, das reicht noch für dich. Fuck, er hat das Wichtige, glaube ich. Ja, Mann. Kleinste Zone mit dem Render, ähm, als du, ey, let's go. Und tschau tschau, macht's gut, Leute. Tschau tschau, macht's gut, Leute.